Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage. Ja, bevor wir hier mit der Folge oder der Story loslegen, erstmal eine ganz wichtige Sache. Warum kamen die letzten zwei Tage kein Video? Weil das wahrscheinlich auch sofort in den Kommentaren gefragt werden würde. Meine Soundkarte war kaputt. Deswegen gab es kein Video. Also ja, ich hatte am Sonntag einen Stream gehabt, da habe ich mit Sunny zusammengedattet und auf einmal von meinem Headset die externe Soundkarte ging kaputt und mein Audio funktioniert einfach gar nicht mehr. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich musste ein Startmikrofon nehmen, was nicht wirklich funktioniert hatte. Und deswegen hatte ich dann lieber die zwei Tage ausfallen lassen. Mario Maker hatte ich halt noch auf dem PC. Und habe dann einfach zwei Tage Pause gemacht, bis meine neue Soundkarte ankam. Die ist jetzt heute angekommen. Ich nehme an genau selben Tag auf, wie das hier jetzt online kommt. Das wollte ich euch nur mal eben kurz aufklären, damit ihr euch nicht mehr weiter fragt, warum die letzten zwei Tage kein Video kam. So, das andere. Beim letzten Mal haben wir eine Nebenquest gemacht. Und ich habe eine neue Schneidemethode ausprobiert. Nämlich die, die nichts tun, rauszuschneiden. Und das hat tatsächlich sehr viel an Zeit aus dem Video genommen. Bei euch kamen, glaube ich, so 20 Minuten ungefähr an. Bei mir waren es 25 Minuten. Und wir haben übrigens einen neuen Charakter freigeschaltet. Und wir waren offenbar noch nie an diesem Ort. Ach ja, im Übrigen, warum ich jetzt auf der rechten Seite sitze ab sofort und nicht mehr auf der linken? Weil gefühlt die Charaktere meistens auf der linken Seite sind. Ich will sie nicht immer überdecken. Nee, heute bin ich nicht für ein Krafttraining da. Aber eher. Möchtest du ein Geschenk von mir haben? Hier, kriegst du einen Kieselstein. Ja, und viel mehr ist ja jetzt an diesem Ort halt nicht, ne? Ich meine, ich habe die, äh, Auslösungsgegenstände schon richtig zugeteilt. Wir haben ja rausgefunden, diese komischen Ringe, die kann man ja herstellen. Dann kann man die den Leuten hier geben. Ich will gucken, ob ich auch noch ein paar herstellen kann. Äh, Ringkammer muss ich dafür, ja. So, Bandring herstellen. Zehn erstellen, bitte. Wir überspringen einfach. Oh, Tiki. Und Linde. Zwei richtig gute Leute. Kann ich noch mehr herstellen? Nö, das war's wohl. Ja, und die muss ich jetzt natürlich noch verteilen, ne? Gefechte. Manchmal werden die Heiseziele, die du bereits besucht hast, von den neuen Gegnern der Verzerrten heimgesucht. Da können optionale Gefechte sein. Ja gut, das wäre aber wahrscheinlich, was er sich eher off-screen machen würde. Sofern hat er sich einen neuen Charakter mit einbezieht. Weil das wäre ja nur dieselbe Schlacht noch einmal. Also ja, heute geht's zur Bergsiedlung. Ich glaube, ich verteile aber kurz vorher noch die Embleme. Ich habe übrigens im Nachhinein gesehen, dass die einfach nur die Werte erhöhen. Diese Ringe dieses Bandes. Das hatte ich nicht gesehen. Ja, vom Marv habe ich jetzt richtig viele, ne? Du kriegst Tiki's Ring. Der hat gute Werte für dich. Und das klingt nach einem guten Ring. Der von Nahal. So, wen gebe ich denn... Den einen richtig guten Ring da? Ich würde sagen, den gebe ich Chloe. Dem von Linde. Wurde er erhöht Magie. Äh, da gebe ich Framme. Oder Kleine besser. Kleine ist am besten dafür. Komm, hier, du kriegst Linde's Ring. Musst dir ja erst einmal kurz ausstatten. Du kriegst Merix's Ring. Und du kriegst den von Nahal. So. Alle Ringe wurden verteilt. Das mache ich ab sofort offscreen besser. Und let's go. Almost there. Just a little farther north and we'll be at the Shrine. Okay. Wir sind nahe Brodia. Es sind alle Mauten da oben. Wir haben nur jemanden, der fliegen kann. Ja. Je näher du bist zu der Brodian-Border, desto kaltere und kaltere es wird. Schau. Nicht eine Seule in der Sicht. Du bist richtig. Es ist niemanden da oben. Was hast du vor? Es ist niemand hier. Except ihr. Neuer Charakter? Alfred, wait. Oh, what a scrape I'm in. Hey there. Huh? What's the matter? Something I can help with? Zah. Zah. I knew we'd startle you. Sorry for popping up out of nowhere and... Das ist eine Frohnatur. Something earlier and there was nobody around to help, so I got real stressed out. Oh, right. I skipped over the nice cities. You can call me Yunaka. Hiya Papaya. Hiya Papaya? Huh. I've never heard that one before. Anyway, what did you lose, Yunaka? It's a little round ring. Kind of shiny with a hole in the middle. Oh, and a tox for some reason. Oh nein, ich weiß, was sie verloren hat. Come again. Yeah, I figured you wouldn't believe me. I believe you. It might be an emblem ring. Please, go on. What did it say? Hmm. If I remember right, it asked me to take it to the divine dragon. To me? Is that... Did you... Yeah. That's it. That's it. That's it. That's it. Yes, I am. I'm sorry, I didn't mention it sooner. I'm the divine dragon. And now that we're doing introductions, I'm Alfred, the Prince of Pyrenees. Holy Broccoli! Why didn't you lead with that? Du kennst deine Herrschauer gut. Nope. Buzz Alarm. I'm so sorry. I never meant to impact your health. Yunaka, how did you find the ring? I was walking along the border, minding my own business, when I heard a woman's voice. Help me. I'm right here. I'm by your foot. Huh. You're quite the performer. Anyway, I picked up the ring and she said, take me to the divine dragon. But at that point, I had no idea where the divine dragon was. So, I told her I couldn't help. She knew the way, though. Told me to start heading for the capital of Pyrenees. Oh, that's a good advice. The quickest way to get to lead those is through the capital. But on the way I was attacked by bandits and ran off full speed. And now the ring's gone. What's the dragon somewhere? What's the dragon somewhere? Wo is me? Sniffle, sniffle. But now that you're here, you're gonna help me find it. Right? Right? After hearing your story, this definitely sounds like an emblem ring. Probably the ring of the dawn maiden. But that means someone took it from the shrine. Or it could be another emblem ring. We'll just have to find it and see for ourselves. Alright, Yunaka. We'll help you. Golly, that's great news. She'll be so happy if you're the one who finds her. Let's start by retracing your steps. No sign of the ring so far. Maybe somebody got to it before we did. Yeah, everyone's combing the area. If it was lying around, we would have found it by now. You're sure you didn't lose it before the bandits attacked? I had it on me when I passed through that ghost town over there. Huh? What is it? It looks like the town's overrun with bandits. What? How can you tell? I'll bet these are the same chumps who ambushed me earlier. Let's take a closer look. They've taken over the town. These are the bandits I ran into earlier. No doubt about it. And that means one of them's got... Aha! Right there. You see it? Yeah, a burly guy with something glinting in his hand. That's gotta be our missing ring. What do you think, Divine One? Is it an emblem ring? He's too far. I really can't say. You must have great eyesight, Yunaka. Yeah, I have the killer's eyes. What was that? Killer eyes! I've got killer eyes! You know, they're great at seeing stuff. If you ever need something looked at real good, I'm your gal! Anyway, what's the plan now? We've got two problems that need solving. A stolen ring, and a town full of bandits. The ring's our first priority, but we can't leave them unchecked. We'll only attract attention if we all charge in at once. I say we split up. You know, send in a small group to recover the ring. Nice and stealthy. All right. Okay then. Come on, Divine One. You're with me? Okie dokes. If we go from here, I bet we can sneak up on that guy with the ring. Slipping through a side passage. Smart thinking, Yunaka. Also wie man schon mal sieht, sieht man gar nichts bei der Map, ne? Gucken wir uns mal das an, was wir sehen können. Einen Dieb haben wir hier. Was ist überhaupt die eine hier? Die ist auch ein Dieb, okay. Wer hat denn unseren Ring, den wir uns ergaunern wollen? Wissen wir nicht. Diese Leuchtfeuer sollten wir anmachen, damit wir was sehen. Gibt es hier Bogenschützen? Bisher sieht es eher weniger so aus. Ich kann übrigens, äh, nicht alle mitnehmen. Also einer muss aussetzen. Okay, und ich konnte übrigens, äh, der einen nicht hier einen Ring geben. Ja, wir haben ja jemanden mit dem Lichtstab, ne? Okay. Okay, sie sollte vom Raus rennen. Und dunkle Norden sind nur Feldern, unmittelbar in der Nähe von Verbindenden, Packen und Leuchtfeuer sichtbar. Lass ihn erhalten, halt nicht über Stützvorrücken, ansonsten kriege ich eine aus dem Maul. Äh, ii, wo, was? Ach so, der hat unseren Ring. Dann wissen wir, wo unser Ring liegt. Ein Gieb im Team kann nur gut sein. Okay, Diebe haben auch die Fähigkeit, dass sie aus dem Inventar Sachen klauen können. Manche Klassen, wie einfach die, wir verwenden Messer, die Gegner bei den Angriff vergiften. Vergiftete Gegner nehmen zusätzliche Schaden. Wiederholte Treffer erhöhen die Wirkung. Okay. Dann haue ich dir jetzt erstmal eine runter. In dein Gesicht. Hätte vielleicht mich erstmal daneben stellen sollen. So, irgendwen vorausschicken, der da mal einmal kurz die Lampe anmacht. Wir wollen ja was sehen. Dann werfe ich dir meinen Speer ins Gesicht. Perfekt. Der hat eine Facke bei sich. Alles ist gut. Die haben nur Deutsche. Die zählen wie Messer. So, wie funktioniert jetzt dieser eine Stab? Der Illuminis? Den würde ich gerne mal ausprobieren. Sehe ich dadurch jetzt richtig viel mehr? Es geht. So, da oben würde ich gerne den runterhauen. Der ein Hammer. Das ist, meine ich, gegen diese Rüstungshainys sehr stark. Ich glaube, ich werfe den Dieb ab. So, mit den anderen konnte ich nicht angreifen. Ach, der hat ja einen Wurfball. Okay, Donner trifft über drei Felder hinweg. Muss ich mir merken. Der hat einen langen Bogen gehabt. Okay, einfach mal gar nicht getroffen. Machen? Obwohl, muss ich mich nicht fragen. Der hat einen Leichtschwert. Weil ich wollte fragen, ob die Deutsche auch Gift machen, wenn es jetzt keinen Schaden macht. Ja, klingt auch nach einer guten Idee. Wie die funktionieren, weiß ich ja schon. So, ich glaube, die Deutsche können auch geworfen werden. Ja, die können auch geworfen werden. Und abgestochen. Was war das denn für ein Gollum? Heal uns, Emblem of Dawn. Okay. Oh, die kommt mir bekannt vor. Die kenne ich. Die war auch so Richtung Ike. Okay. Jetzt ist die Frage, was das im Leben kann. So, zuallererst hauen wir dir dann jetzt noch eine runter. Ich werde mich helfen. Nach oben. Jetzt sogar eine geringe Trefferrate als ich. Wieso trifft er besser als ich? Fall oben. Kann doch nicht sein, dass ich hier gar keiner trifft. Let me helpen. So, finally. Das war ein perfekter Moment, um eine Axt zu werfen. So, weißt du, wie wir das mit dir machen? Die gebe ich einfach eine Blut. Den langen Bogen gebe ich gleich noch rüber. So, eine Eisenhans in deinem Gesicht klingt doch auch ganz nett. Hier oben hatte ich schon mal ein Bündnis gemacht und geheilt. Und das war eine gute Idee. Ich kann nicht erlauben, zu verlieren. Okay. Ich kann kämpfen. Mach ich erstmal direkt mit dem Panzerbrecher ihn tot. Meine Wunschungen sind mit mir. Tschüss. Ich lebe, um wieder zu kämpfen. Sie sieht. Oh. Okay. Sie kann Stäbe. okay was ist das denn für eine aufopferung hier so bündnis ja das klingt nach ihr aber nicht großes opfer bitte ich will glanz nutzen eigentlich muss überhaupt immer geheilt werden da wollen welche stress jetzt kriegst du einen mit glanz ab das soll die umgebung ja hände erhält ja richtig gut aber trotzdem gefühlt sieht man immer noch nichts ach da ist eine fackel erst mal gebe ich gerne mit anzünden kann ich das gleich noch so jetzt gebe ich meine ich den langen bogen rüber so jetzt kann die sogar über drei fäder im weg angreifen auf den spiel der stand einfach nur perfekt kein schaden junge und da wärst du sogar waffenvorteil in der koopschlag der macht immer safe drei schaden die land ist nur da sind halt die tanks du bist so tot junge ich wüsste nicht warum ich dieses große opfer machen sollte ne das dass wir einfach nur selbstmord also einmal knapp vor ende könnte ich einmal machen so machen wir erst mal hier das licht dann irgendwie gar nichts geändert du kriegst du erst mal ne axt so als schon ins gesicht ach da unten war nur einer langen bogen in dein gesicht könnte ich die auch mit rammer erledigen der schaden würde reichen stelle mir aber an die obere stelle ich lass mal einen da unten zack da steht wahrscheinlich der boss wieso da kommen langsam die letzten in dein gesicht so da steht auch der anführer von denen der jetzt natürlich erstmal deutsch ins gesicht bekommt x kerle daneben wir können ja mal die lampe hier anmachen ich kann ihm leider nicht persönlich einer runter holen aber wisst ihr was wir machen nämlich die in diesem kampf beenden dieser angriff ist einfach so op ich überreiten wir du kriegst jetzt eine mit und da wurde besiegt just kerechtigkeit was einfach die armen doch verwohnarung gebracht kriegst kein mitleid ein talisman haben wir erhalten ja der keller einfach den weg zum schreien können wir uns ansparen oder schreien bei ja alles gut Und dass ihr zwei waren Royalty, ich panischte und... ...kinda, well... ...wide. Wirklich, ich bin nicht anders von diesen Bandits. Ich werde mich akzeptieren, was du mir geben. Hold on. Du warst, du schaffst den Ring? Ja. Dann, warum nicht du? Du könntest gehen für die Hälfte, als der Divine Dragon es dir handelte. Wir sind nicht in der Dunkelheit. Es wäre schwer, uns den Schliff zu geben. Aber in Ordnung, du schaffst dich an und schaffst dich für uns. Warum? Well, wegen der Micaiah. Als sie mit mir angefangen hat, habe ich diese Gefühl, dass ich einfach nicht schaffst. Ich fühle mich, dass ich sie zu helfen, um den Divine Dragon zu helfen. Yunaka hat mir nichts gezeigt, aber Kindheit. Kampf mit ihrer Seite, habe ich einen brillen Weg vor. Wenn ich Sombron zurückkriege habe, habe ich in der Dunkelheilung ausgedrückt. Es war sie, die Antwort. Ich bin zu schaffst, für ihn entangeln. Ich bin zu schaffst, für ihn in all das. Yunaka hat nichts falsch gemacht. Ich verstehe, aber sie lief uns. Als Prinz, ich kann das nicht lassen, ohne irgendwelche Verpflichtungen zu lassen. Schaffst du es auf mich. Ich kann es auf dich. Ähm. Ja, die wäre praktisch, ne? Ich weiß, es ist viel zu fragen, aber... Willst du dir selbst zu unserer Grund? Was denkst du, Alfred? Eine Fitting-Punishment? Das ist eine Strafe? Ich liebe es. Unsere Armee ist ziemlich leid, also ein neues Rekruder macht viel Sinn. Und Yunaka hat sicherlich eine hohe Talente. Sie könnte ein realer Asset sein. Ich werde dich nicht unterhalten. Ich denke, das ist gut. Sie beiden. Sie können nicht sagen. Und Yunaka? Ich werde mich die erste sagen. Haya Papaya. Äh... Hehehehe. Haya Papaya, zurück zu dir, Divine One. Mit dem, wir gehen. Wir müssen uns in Brodien nach. Ja, wir müssen uns in Brodien nach. Ja. Die Mutter hat eine Anruhe dem Brodien-Kinne, wenn wir den Kastel haben. ich bin auch schon gespannt okay wir haben mir noch ein paar sachen eigentlich einzusammeln die die sind eigentlich immer erst mal so ein bisschen unaufgeschlossen bei so etwas das kann man ja auch noch eben kurz mal hier mit ein zu reden hier sind ja noch ein paar tiere zu mitnehmen sehe ich ja in den krieg sollte man sich nicht gewöhnen da hinten steht die wenn ich es richtig sehe oder ja er steht hier so ist dann wirklich ein tier sie ein hund ja mein hund und eine taube jetzt haben wir ein täubchen okay und das wäre soweit offenbar hier alles ja leute wenn es euch heute gefallen hat lasst ein abo und ein like da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss